Ich begrüße Sie auf das Herzlichste in der Villa Doris, Haus der Farben und Klänge im Shop Lumina. Erleben Sie meine freundliche und liebevolle Betreuung und genießen Sie ein stilvolles Ambiente. Gehen Sie mit auf Entdeckungsreise und lernen Sie die vielfältigen Möglichkeiten des gezielten Einsatzes von Klangschalen kennen. Erlernen der Klangpädagogik oder Klangmassage für sich selbst, zur Anwendung im privaten Bereich und zum Einfügen in Ihr Arbeitsfeld. Erfahren Sie mehr über Andulation. Das neue biophysikalische Therapieverfahren ist die wirksamste Methode, die körpereigenen Mechanismen zur Selbstheilung anzuregen. Oder nutzen Sie die Energiearbeit des BIMA Light Pen. Farbe und Licht wird direkt in unser Energiesystem über Meridiane und Akupunkturpunkte gestrahlt. Farben zeigen uns Nuancen unserer Lebensmöglichkeiten. Sie sind der Spiegel zur Seele. Ich berate Sie ausführlich und erschließe aus der Kraft der Farben Ihren Lebensweg. Bei mir erleben Sie einen Hauch von Romantik, Schönheit und lichtvollem Sein. Ich bin ein Hauch von Romantik, Schönheit und lichtvollem Sein.